Was machst du hier? Das Fotoshooting für den Schwinger-Kalender. Und was ist eure Aufgabe? Gut ausgesehen, würde ich sagen. Blöde. Das Foto ein wenig auflocken. Und auch noch die Hand in den Rock. Gut, schön. Sehr schön. Was ist eine Ehre-Dame? Eine Ehre-Dame ist eine Dame, die am Schwingfest, also am Neidgenuss oder sonst, einfach für das Wohl der Leute und der Schwinger schaut. Und für das Schönes gesehen, aber auch für das Krönen. Sie hat verschiedene Aufgaben. Was ist deine Motivation, dass du Ehre-Dame geworden bist? Ja, Freude am Job. Das ist etwas Einmaliges, etwas Schönes. Ja, das macht Freude. Es gibt die, die sagen, sie sind nur Schmuck, aber haben nicht wirklich eine Rolle. Was sagt ihr denen? Ja, das war nicht so. Wir hatten in Burgdorf wirklich eine Rolle. Wir haben auch an der Desk oder einem VIP-Zelt ausgeholfen. Und dann war es super. Wir hatten auch Aufgaben. Was hast du für eine Beziehung zum Schwingen? Ich gehe eigentlich schon lange an das Schwingfest. Und meine Familie auch. Also mein Bruder, mein Vater, mein Grossvater waren eigentlich immer schon schwinginteressiert. Und so kam ich dann auch dazu. Und ich bin jetzt so viel an diesem Werner Schwingfest dabei. Ja. Das Schwingen wird irgendwie immer populärer. Habt ihr eine Erklärung dafür? Ja. Schöne Mannen. Ja. Also es ist sicher auch ... Ja, es ist auch interessant. Es ist auch ein schöner Sporttag. Schöne Mannen. Ja. Bodenständig. Es ist noch so ... Nach bei den Leuten. Es wird nicht wegen wie aufgepust. Die Schwinger sind natürlich. Ja. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020